Antifaschisten! Stopp, 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 bevor ihr nachbildet. Moment, stopp, stopp, stopp. Also, noch mal ganz kurz, auch wenn einer sagt, wir wollen keine und ein anderer sagt dann, Salafisten, nein. Also, sollte das der Fall sein, ihr seht das, die Polizei hat hier sofort eine Kette gemütet, Helme sind zum Glück nicht auf, weil es ist ja auch von unserer Seite aus, aber mit Schildern, also bitte tun uns alle den Gefallen, diese Parole ist untersagt, die dürfen wir nicht rufen und die Polizei wird das eben dementsprechend hier ganz konsequent auch umsetzen. Kriegen wir das Hand, Freunde, die nicht trotzdem spazieren, hast du eine Wüste, Salafisten, 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 Salafisten Sala Vista! Hasta den Ulster! Hasta den Ulster! Hasta den Ulster! Aus, aus, aus Aus, aus, aus Aus, aus, aus Aus, aus Aus, aus Aus, aus Aus, aus Aus Aus, aus Aus, aus Aus, aus Aus, aus 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 So, da hat die Polizei natürlich gedacht, die könnten einfach weiterlaufen, die jetzt hinterherlaufen, aber selbstverständlich.